Jawollo! Ausgezeichnete Arbeit! Der letzte Held war abgewährt, das Tutorial abgeschlossen. Endlich kann ich mich wieder meinem Alkohol... Ich meine super gemacht! So, jetzt wird es aber Zeit, dass du dich anderen Dingen widmest. Dingen, die mich nicht vom Trinken abhalten und vom Lesen meines Comics. Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Bösen hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. Der Schatten des... Der Schatten... Es war einmal vor langer Zeit. Das absolute Böse hatte im famosen Vorgänger dieses Spiels die Welt unterjocht und das Gute besiegt. Nun, in einer Welt voll Verderben, verbrachte es seine Tage damit, Cocktails aus den Schädeln der Feinde zu schlürfen und bei einem gegrillten Einhorn am Spieß neue Pläne zu schmieden. Dummerweise gab es da nicht viel zu schmieden. Ein paar Hosenzieher bei den Orks, hier und da ein Streich bei den Schnodderlingen. Es gab nichts mehr, das man noch hätte erobern können. Wochen und Monate vergingen und das absolute Böse wurde immer verschwiegener und zog sich zurück. Tief aus dem Dungeon des deprimierten Bösen hörte man ab und zu ein Murmeln, welches aus dem geheimen Geheimlabor kam. Seine Kreaturen machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen und vermissten irgendwann sogar seine genial-bösen Streiche. Irgendwie war es für sie verwirrend, mal nicht geschlagen, gefoltert und in den Tod geschickt zu werden. Andererseits auch eine nette Abwechslung. Die Äonen verstrichen und die Einhörner gingen zur Neige, als plötzlich eines wunderbaren Tages das geniale Böse sein Geheimlabor freudestrahlend verließ. Es hatte ein neues Ziel gefunden. Ein unbekannter Kontinent, wie in Fortsetzungen häufig zu finden, lag im Osten vor dem niederträchtigen Bösen nur durch ein lächerliches Meer geschützt. Sofort ließ es eine Flotte bauen. Diese war so gewaltig, dass sie den Horizont verdeckte und war mit den kampfstärksten Kreaturen des verschlagenen Bösen bemannt. Die Flotte setzte zur Überfahrt zu diesem neuen Kontinent an, fuhr aus dem Hafen und sank. Davon ließ sich das sich nicht um seine Kreaturen scherende Böse nicht beeindrucken. Es setzte seine Goblins daran, eine noch viel gewaltigere Flotte zu entwerfen. Diese neuen Schiffe waren gigantisch. Besetzt mit den zweitbesten Kreaturen des verschlagenen Bösen, brach die Flotte auf und sank ebenfalls. Das genervte Böse unterdrückte seinen unerbittlichen Zorn auf die Schiffsbauer. Offensichtlich musste es sich selbst um die Sache kümmern. Mit einem Seufzen setzte es zu einem Zauber an und erschuf einen Schatten. Ein Geschöpf absoluter Schwärze und Bösartigkeit. Dieser Schatten flog nun über das Wasser gen Osten. Dort würde es ein Gefäß finden, ein korrumpierbares Wesen, das dieses Land im Namen des Bösen einnehmen würde. Der große Paladin Thanos, Held der noch viel östlicheren Königreiche und ein widerwärtig guter Zeitgenosse. Gerade besuchte er zusammen mit seinen Kameraden die ermüdende Bibliothek in Twistram, um nach seiner Ziehtochter Talia zu sehen. Nun, Talia, berichte mir von deinen Studien. Kommst du voran mit den Schriften der alten Weisen? Ja, Thanos. Ich habe es langsam verinnerlicht und bin dem Guten einen Schritt näher gekommen. Das Verlangen in mir, Böses zu tun, ist besiegt. Wirklich? Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Widme dich weiter deinen Studien. Ich werde nach Sturmluft reisen, um ein paar Dinge zu klären. Ich werde aber bald zurückkehren. In der Zwischenzeit wird mein treuer Freund Grimli die Lande beschützen. Sollte dich etwas bedrücken, kannst du dich an ihn wenden. Nicht wahr, Grimli? Ei, natürlich, Thanos. Ich werde auf die verdammte Elfe, ich meine dein Mädchen, ein Auge haben. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann auf bald, meine Freunde. Möge die Göttin über euch wachen und das Licht ewig leuchten. Gute Reise, Vater. Ich werde dich mit Stolz erfüllen. Gut ist, wer Gutes tut. Ach, diese unerträglichen Floskeln sorgen immer für einen widerwärtigen Geschmack in meinem Munde. Diese unnatürlich guten Helden ahnten derweil noch nichts von der Bösartigkeit, die sich im Süden gegen sie zusammenbraute. In einem Moment graste dort noch eine Schafherde. Und im nächsten Moment... Mit einem sinnverwirrenden Knalleffekt, der die Hälfte unseres Special-Effect-Budgets verschlungen hat, trat der Schatten in die Welt. Sein Ziel, eine Dunkelelfe, gefangen zwischen Gut und Böse, war ganz nah. Als sich der Schatten des unsäglich Bösen Bösen durch die Welt bewegte, starb diese um ihn herum. Pflanzen verdorrten, Tiere vergingen, amerikanische Serien wurden abgesetzt. Quasi wie ein Picknick mit meiner Familie. Der Schatten des weit entfernten Bösen fand sich ganz in der Nähe von Twistram wieder. Er konnte die Präsenz seines Ziels förmlich spüren. Nehmt diese Laternenmänner und lasst das Licht der Göttin leuchten, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Außerdem liegt hier ein Haufen Pferdedung herum. Ich bin vorhin schon in einen getreten. Für die Dunkelheit! Oh, ich meine, für das Licht! Tut mir leid, ich bin noch in Ausbildung. Ach, das ist jetzt etwas suboptimal. Natürlich war der Schatten des übermächtigen Bösen eine unsagbar kraftvolle Kreatur. Aber mit Licht hatte er es nicht so. Es war sicher klug, dem Lichtschein der Laternen fern zu bleiben. Laternen! Überall verdammte Laternen! Der reinste Martinszug! Man könnte meinen, irgendein Verrückter hatte hier aus reiner Böswilligkeit aufgehängt. Dabei bin ich doch hier für das Böse zuständig. Wie auch immer, der Schatten des gemütlich vor seinem Kamin eingekuschelten Bösen war äußerst anfällig für Licht und würde darin unweigerlich Schaden nehmen. Es war wichtig, Lichter tunlichst zu meiden. Der Schatten erreichte den Eingang von Twistram. Dieser war glücklicherweise nicht verschlossen. Dafür aber hell erleuchtet, Gott sei Dank patrouillierte davor ein unglückseliger Wachtposten, den der Schatten mittels seiner immensen Kräfte übernehmen konnte, solange er sich nicht im Licht befand. Der Schatten des absoluten Bösen verschmolz mit der Wache und beherrschte nun ihr Tun. Mühelos konnte er so nun das Tor passieren. Hä? Was war denn das? Ich glaube, das dritte Bier vorhin war schlecht. Leider herrschte die Übernahme durch den Schatten nur für eine begrenzte Zeit, ehe sich die Wache befreien konnte. Immerhin reichte es aber, um das Tor zu passieren. Nicht weit entfernt befand sich das Ziel des Schattens. Talia, die Dunkelelfe. Schon bald würde sie abermals auf der Seite des Bösen kämpfen. Ha, ha, ha. Möge die Göttin mit euch sein, meine Freunde. Es ist bald soweit und das Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek wird eröffnet. Kommt zum großen Platz und nehmt an den Feierlichkeiten teil. Nun, ich weiß ja nicht. Ich hatte eigentlich schon den Abend in diesem Badehaus. Freunde, dieses Waisenhaus ist sehr wichtig für meinen Vater Thanos. Ihr wisst schon, dieser mächtige Paladin, den ihr keinesfalls beleidigen wollt. Schon gut, schon gut, wir kommen ja. Ausgezeichnet! Möge das Licht der Göttin über euch erstrahlen und wir uns gemeinsam zu diesem berauschenden Spektakel am großen Platz einfinden. Folgt mir, meine Freunde, für das böse Licht, meine ich. Haltet das Licht schön hell, denn die Nacht ist dunkel und voller Schnecken. Oder Schnacken? Naja, irgendwas in der Art. Das Licht ist dunkel und voller Schnecken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich freue mich, dass wir uns hier versammelt haben und mein Vater wäre sehr stolz, wenn er heute bei uns sein könnte. Es ist in seinem Sinne, dass wir den Jungen und Schutzbedürftigen hier ein Zuhause geben. Deshalb freue ich mich, dieses Waisenhaus in Schutt und Asche zu legen und euch alle gleich mit dazu! Was hat sie gesagt? Sterbt! Wie die Lämmer zur Schlachtbank! Ich spüre die Kraft! Ich spüre die Kraft in mir! Untertitelung des ZDF, 2020 Und alle, die sich darin befanden, die sich darin befanden. Aber dafür hatte man ja Schnodderlinge. Offensichtlich hatte der Schatten ein ideales Gefäß mit dieser Dunkelelfe gefunden. Thalia hatte sich mit der Auslöschung der ermüdenden Bibliothek und der Vernichtung von Halbtwistram schon zur bösesten Mitarbeiterin des Monats gemausert. Mit der Zerstörung eines Waisenhauses und dem Werfen von magischen Geschossen auf unschuldige Bürger war sie sofort zur Lieblingsgehilfin des seine gehilfen verheizenden Bösen aufgestiegen. Nach ihren Taten zog sich Thalia in die Gewölbe unter den Ruinen der ermüdenden Bibliothek zurück. Zwischen der dortigen Schlachterei und den Gemächern des verrückten Erzbischofs Lazarus machte sie sich bereit, im Namen des ultimativ Bösen etwas Mächtiges zu erschaffen. Ein Dungeon-Herz, Grundstein der Macht eines jeden Dungeons. Weit entfernt war Thanos, der Paladin des Lichts und Thalias Mentor, auf dem Weg in die Hauptstadt des Reiches, Sturmluft. Naiv und gutgläubig, wie er war, pfiff er gut gelaunt vor sich hin und ahnte nichts von den Taten seiner Ziehtochter. Zwar war ihm bewusst, dass eine Dunkelelfe immer einen bösen Kern in sich trug, aber er hatte gehofft, diesen durch religiöse Indoktrination mit verrückten alten Schriften besiegen zu können. Tja, falsch gedacht. Twistram in Trümmern Die Dunkelelfe Thalia hatte sich dem Bösen verschworen und die ermüdende Bibliothek in Schutt und Asche gelegt. Nun fing sie an, sich eine kleine Machtbasis in deren Gewölben zu errichten. Einen ersten Dungeon. Die Dunkelelfe Thalia hatte sich dem Bösen in Schiff, in Schiff, in Schiff, in Schiff, in Schiff. Twistram sah aus wie nach einem Heavy-Metal-Konzert. Oh, was? Was hab ich nur getan? Oh nein, ich bin wieder dem Bösen verfallen. Mein Vater wird ganz außer sich sein. Er hatte Recht, als er sagte. Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Wobei es irgendwie auch Spaß gemacht hat, böse zu sein. Brandschatzen und diesen miesen Gutmenschen zeigen, wo der Hammer hängt. Ha! Die haben ohnehin nur auf mich herabgeblickt. Meine Rache wird furchtbar sein! Während Thalia mit einem typischen Bösewichtmonolog beschäftigt war, geschah etwas um sie herum. Aus den Tiefen erhob sich ein pulsierender Kristall, angefüllt mit der Macht des magisch versierten Bösen. Ein Dungeon-Herz. Nicht zu verwechseln mit diesen Dungeon-Herzen aus anderen Spielen. Wir wollen ja nicht verklagt werden. Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Macht ja auch nichts. Jedenfalls ist das Leben schön und ich hab mich gerade verquasselt. Äh, sanfte Grüße. Was sind eure Extreme? Geheime mentale Botschaften wurden zwischen Thalia und dem Kristall des mental versierten Bösen ausgetauscht. Wir könnten das an dieser Stelle weiter ausführen, aber es würde in einen dreistündigen Monolog von meiner Seite münden und dafür werde ich auf jeden Fall zu schlecht bezahlt. Ha! Also gut. Ich werde diese Menschen leiden lassen dafür, dass sie mich verspottet haben. Vaters Handlanger haben mich nie gemocht. Als Spitzohrgabe schimpft. Es wird Zeit für meine wohlverdiente Rache! Das die Spiellogik verinnerlicht habende Böse hatte Thalia ein Ziel gegeben. Dort draußen an der Oberfläche gab es diese unverschämten Orte des Guten, die es zu zerstören galt. Kein Problem. Ich werde mich dieser annehmen. Ich und eine Armee des Bösen. Selbstverständlich schickte das strategisch ausgeklügelt denkende Böse seine neue Generalin nicht alleine ins Verderben. Ein Dungeon musste errichtet und Kreaturen angeheuert werden, um ihr eine schlagkräftige Armee zur Seite zu stellen. Natürlich wusste das ausgeklügelt denkende Böse bereits, wie der Hase im Dungeon lief. Sollte es allerdings etwas kurzzeitig verdrängt haben, konnte es dies mühelos im famosen Almanach nachschlagen. Sollte es etwas verkündet! Sollte es hier aus dem? Sollte es mich, was du? Sollte es mich zu kaut, wenn du das gemacht hast, wie du die Hase im Haaland habotest? Sollte es dir noch nicht zu tun. Sollte es mich, was du das bestätiglich. Sollte es dich. Du hast dich zu klugeln? Sollte es dich auf den Hase im Verderben. Tollte es dich zu klugeln. Sollte es dich! Sollte es dich zu verhören. Sollte es dich auch ist das vorhin, die Hasein. Sollte es dich zu dir? Die Helfer des grandiosen Bösen waren nicht untätig gewesen. Gut überarbeitet hatten sie sich auch nicht. Aber wie auch immer, das forschende Böse hatte nun einigen Forschungen nachzugehen. Dazu stand ihm das neue, verbesserte Forschungsmenü TM zur Verfügung. Das neue, verbesserte Forschungsmenü TM öffnete sich und gab einen Überblick über die derzeit verfügbaren Technologien. Momentan war die Auswahl noch beschränkt, doch dies würde sich noch ändern. Schließlich war dieser Kreuzzug für das Böse erst angelaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eure Schnodderlinge haben einen Raum freigeschaufelt. Eure Schnodderlinge Okay. Es ist Zahltag. 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 Es ist Zahltag.